Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 2 und der Mission Call of Duty. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Bewegung! Drittel 1, 1, Team abgesetzt. Entferne mich. Drittel 1, 2, Truppen abgestellt. So, von mir schon ist. Bravo 6 unterwegs zum Einladen. Verstanden. Fünf Emelkoschons in Stellung. So, tag dich ein. Na gut, also. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. Sehe es, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geiseln. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo 3 sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. Zwei Akku unterhalb. Wechsle notfalls die Position. Freigabe für Angriff. So bist du für den Feind sichtbarer. Start. Sicher den Bereich, bevor du vorrückst. Was ist denn die Gefahren? Gut. Dicht alle Gefahren. Bravo 3 sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. Wechsle notfalls die Position. Zwei Akku unterhalb. Freigabe für Angriff. Okay, okay, okay. Sicher. Bravo 3, 5,5 gesichert. Verstanden. Etage 5,5. Gehe rein. Was ist denn der Flur, Alter? Vier Ziele. Schalt sie schnell aus. Aber ich sehe halt nicht viele so. Der Flur. Ah. Fällt dir nicht einer? Ja. Ja. Ich glaube er. Wo 3, 5,5 gesichert. Verstanden. Etage 5,5. Gehe rein. Das ist 5, oder? Ja. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum. Ein auf dem Flur. Hab ich. Oh. Hä? Das war keine Geisel. Wo 3,5 gesichert. Verstanden. Etage 5,5. Gehe rein. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum. Ein auf dem Flur. Warte, ich muss er laden. Noch eine Etage. Verstanden. In Position aus der Zieletage. Fünf. Stell Sichtkontakt her, bevor du angreifst. Hm. Wer hat mein Waffe. Wer hat mein Waffe. Wer hat mein Waffe. Und ich komm nicht wieder hoch. Ich pass sie in mir nicht runterfallen, wenn ich die. Obwohl ich eigentlich ja... festgeragt bin, soher. So ist sein wieder. neben mir 7 verstanden sind unterwegs preis und sicher ich bin weg dass mich rein oder so platziert Ja, weg da. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, das hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass das Hahn hier ist. Aber mit ner Schrot, Junge. Auf die des Zins einfach so blub. Digger. Was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass das Hahn hier ist. Ach, nö. Keine Spur von Hassan. Warum nutzt Hassan den Serverraum? Ist der sicherste Ort im Gebäude. Vorwärts. Nö. Darf ich jetzt noch ran? Nö. Wir müssen den nächsten Raum nach Hassan absuchen. Moin. Ja, die Pumpen sind dann einfach, äh... Ja. Wir müssen den nächsten Raum nach Hassan absuchen. Dann laden wir jetzt so mal. Kaum noch Munition. Nach links war noch einer, oder? Ja. Jetzt kann ich gar nicht mehr nachladen, aber was? Schirps sind ausgeschritten. Ich kann ja auch nicht nachladen, ne? Was ist denn nicht? Und... Ich kann nicht nachladen, und der lädt auch nicht von alleine nach. Es ist ein Traum. Das Ding... Sicher! Kein Hassan! An alle Einheiten! Ziel nicht! Beifahrt zum Kontrollverfahren! Moin! Ich habe kaum noch Munition! Ich habe kaum noch Munition! Ich muss nur umgehen. Dann fahren wir nach. Schön. Klein-Twins-Schuss kommen ja auch nicht weit. 15 auch nicht. Wenn die Doos gepanzert sind. Schön. Ich kann sie nachladen. Ja, Digga, es ist doch... Digga, wie kann man denn sowas programmieren? Also jetzt mal ohne Flachs. Das ist ja hier schon drauf. Ach, toll. Ach so. Ja, genau. Ich treffe ihn genau in seine scheiß Brust. Und er so, Digga, ich sterbe halt einfach nicht. Junge. Richtig. 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 Schuss komme ich nicht weit mit 9. Auch nicht. Kurze warten. Oder? Keinig neu. Lade nach! Lade schön, Kumpel, abgeholt! Mhm. Mhm. Wo sind sie denn? Die Jungs. Ach na klar, wir haben einen Stil. Ähm... Ich weiß nicht, dass er mein Maid in einem Spiel töten würde. Ich hab mich keine Granaten. Jaaaa... Lass mich nicht mehr auf hier etwas hoch machen. Lass mich nicht mehr auf hier machen. Ja, man... wir haben eine Waffe, die was kann... Ja, ich darf ja nicht nachlaufen. Perfekt. Ja, ich muss nach, Digger. Ja, diese verbackte Pisse hier. Es ist zum Kötzen. Ganz ehrlich. Drei Schuss, das wird nichts. Auch mit acht Schuss wird es nichts. Das ist eigentlich so laufen. Ne, muss ich erst mal schauen. Schöne, dass die Blutsgranaten haben. Schöne, dass die Blutsgranaten haben. Schöne, dass sie ausgelastet. Du kannst nicht zielen. Klo. Ach, das ist genial. Schöne, die Blutschen. Ich habe nicht mehr, dass sie nicht mehr in den Krieg sind. Schöne, die Blutschen. 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 Oh, das steht noch laut. Oh, das steht noch mal. 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 Ja, das habe ich können sehen. Easy. Ja, das habe ich ja alle Granaten haben und die Granaten werfen dürfen. Und die Lenkronaten nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie er doch einfach schlucken die Dudes. Ah, das ist kein Entwürfe. Okay, easy. Er ist genau da! Wo ist das an? Wir haben ihn in diesem Raum festgesetzt. Folgt mir. Ich schieb eine Kamera da rein. Hassan ist hinter diesen Türen. Schieß doch wie. Er schiebt nur vor euch. Bist du okay? Alles gut. Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Hallo. Ich bin nicht heute genau vor uns denn. Wir kriegen sie. Uns bleibt nicht viel Zeit, sie umzuleiten. Wir kriegen sie. Hassan ist in der letzten Kabine. Okay, perfekt. Die Kabine wird nicht halten. Spring runter! Wo bin denn? Oh schon. Boom! Bewegung, Sargent! Du bist tot! Scheiße! Ach so, ich dachte so. Okay. Du bist tot! Scheiße! Soap, wie ist dein Status? Du bist tot! 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 Soap, die Rakete wurde gestartet. Du musst sie ferngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Scheiße. Das Ziel ist DC. Koordinaten 38, minus 77. Das ist das Pentagon. Er hat's auf Shepard abgesehen. Nein. Shepard ist weg. Ja, naja. 30.000 Menschen sind es nicht. Beende es! Sergeant. Aktiviere zuerst den Diagnose-Modus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Oh. Ich bin drin. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich wusste nicht, was in seiner zweiten Spalte 3 steht. Ich bin tot. Also, ja. Dinger, what the fuck. Aktiviere zuerst den Diagnose-Modus. Okay, ich bin bereit. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Ich bin drin. Ich muss hier noch kurz irgendwo hin, jongens. Ich muss mich hier mal irgendwo verstecken kurz. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten. Was ist das hier? Das war ein Mikroler, cool. Okay, ich bin wieder da. Was? Die Überbrückung. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Puh, ESP. Zeile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Echo, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und Clear zum Überbrücken. Sergeant. Ihre Gegenwart ist hier fast erreicht. Du musst diese Grenze verposten. Unter Mikroler komme ich hier nicht weit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon wieder der Dinger. Wer macht den? Oh Gott. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Wir müssen sofort handeln. Okay. Ja, ist neu. Okay, ich bin wieder da. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Prozent ist... Prozent ist... Ah! Jetzt habe ich ihn verrückt. Da hat er erreicht. Du musst diese Grenze verposten. Ja, ja, ja. Ich muss vor allem nicht sterben. Äh, okay. Ich habe ja kein Metall mehr so einzufüllen, also... Okay, ich bin wieder da. Als nächstes kommt die Überbrückung. In Ordnung, ich bin bereit. Du solltest vier Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. Seile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Echo. Sierra. Papa. Das hat geklappt. Sergeant, die Rakete hat ihr Ziel fast erreicht. Du musst die Sequenz vervollständigen. Sergeant, beeil dich und bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Naja. Okay, was mache ich? Ja. Was denn? Was ist links und clear? Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Eine Bewegung. Ich bin hier nicht sicher. Nö. Perfekt. Perfekt. Was ist das hier? Was ist das hier? Klärband. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Ja. Ich werde die Rado zerstören. Buh. Schön, dass man die mit dem... Wichsen. Kann. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Was? Es gibt hier keine sicheren Orte. Perfekt. Digga. Das ist ja eh so. Entschuldigung, dass ihr die einfach tot prügelt mit diesem Scheiß Koffer. Überbrückung an. In der Bewegung. Verstanden. Wir an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Reisen erforderlich. Digga. Es fängt Krieger an, hat aber seinen Kampfesgelen verloren. Los geht's. Los. Letzter Schritt. Drück Link, sobald das grüne Licht an der vierten Position ist. Geh grad nicht. Soap, such dir einen sicheren Ort und öffne die Steuerung. Okay, was mach ich? Ja, ja. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude mit dir zu arbeiten, Lyswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Al-Katala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Und zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauch bloß ne Waffe. Bau dir eine. Ei. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Als wär's gestern gewesen. Es war gestern. Ich muss sie aufbrechen. Da ist ne Mikrowelle. Such nach Metall. Das soll Zeug funken und lenkt einen ab. Vielleicht findest du was in den Mülleimern. Hier ist ne Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Ja, ja, ja. Hab Metallschrott gefunden. Hab etwas Wachs gefunden. Taugt für Rauchfallen, wenn du dich einerst. Hab Klebeband gefunden. Auf dem Festen ist weich. Weil euer Volk schmacht ist. Rumhauen. Hei und Honig! Entdevil! Hab ein, bitte. Du brauchst eine Waffe, um anzugreifen, Sergeant. Ja. Moin! Ja, Waffen sind... Hier könnte was dabei sein. Tatsächlich. Du hast es mit gepanzerten Kämpfern zu tun. Du betäubst sie besser bevor du eingreifst. Irgendes Metall da drin. Kann ich jemand betäuben? Ich hab kein Metall. Ich hab kein Metall. Ja, Moin, danke. Wo ist hier? Hier ist ne Mausefalle. Ich hab kein Chemikalien. Äh, das ist doch ein sehr geiler Kontrollpunkt gerade. Du betäubst sie besser bevor du eingreifst. Ja, ja, ja. Ja, ne, egal. Perfekter Kontrollpunkt. Perfekt, perfekt, perfekt. 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 Du betäubst sie besser bevor du eingreifst. Hier lang. Zack, hier durch. Hinten lang. Hier drüber. Das haben wir leider weniger sicher. Metall habe ich nicht. Klebeband brauche ich nicht. Hier Metall kaputt. Ich habe etwas Metall. Brauche ich noch ne neue Mikrogrille. Nehmen wir eine. Drei Schuss. Perfekt. Oh, ich hab seine Waffe. Nehmen wir mich aber gleich. Drei Schuss, perfekt. Kommt. Nehmen wir sie aber zurück. Ähm, so, was haben wir hier schon? Das ist voll. Kein Metall. Ich könnte eine Werkzeugkiste aufbrechen. Vorsicht Johnny, das macht Krach. Scheiße, du Scheiß-Glas-Muss, das hat mir auch nichts. Ah, weiß gar nicht, ich bin direkt. Ah, ich bräuchte ja noch mal Chemikalien, das wäre, glaube ich, am besten. Ähm, Metall? Das würde ich auch nehmen und dann bräuchte ich noch eine Mikrowelle. So wie diese hier. Was ist denn bei einem? Komm nicht. Wo würde ich denn da los? Hm. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hm. Da hinten. Perfekt, irgendwie mal das Schrott. Danke dafür. Mit etwas Metall da drin kann ich jemand betäuben. Hab ne Kerze gefunden. Benutze es für Rauchfallen. Hab Klebeband. Was ist denn da los? 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 Schönen die Karien am besten. Tatsächlich. Ja, das bräumig. Das kann ich auch sein lassen und er wird da hinten locken und äh... Was ist denn da los? Ich bräuchte Gott zur Höhe oder nichts, ne? Da drin der Typ! So. So. Wie viel hab ich denn? Total... Zwei. Was wird er gehört haben? Sollte er jetzt ja wohl hören oder nicht? Achso. Achso. Ja. Wie wärs denn mal mit... Hä? Gleich blick's nicht, Junge. Was ein Hurensohn. Hab ich jetzt noch mit... Ah, hab ich. Ah, hab ich. Hab einen betäubt. Nimm die Klänge und stich zu. Ach. Ach, die leben beide wieder. Ach, Digga. Halt's den Maul. Ach, die leben beide wieder. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, Digga. Ach, als ob... Ach, nee, das war's dann. Au. Oh. Ich sag doch, eure Nation wird drinnen. Ihr haltet mich nicht auf. Ghost. Soap! Aufs Fenster achten. Das ist kein Angriff, sondern eine Invasion. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot, Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen... CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Akku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich hab mir die Russen näher angeschaut. Ist ne schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein. Ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Sie ist nicht neu. Sie sind ungespräch. Sie ist ohne was! Es gibt einen Hohlen. Sie ist einfach bei ihm. Ich kann alleine nicht mehr. Makarov. Bis zum nächsten Mal.